Musik Wir befinden uns hier in Oberramstadt-Rohrbach am Produktionsstandort der Firma Bayer & Michels, direkt vor unserer neuen Waschanlage vom Hersteller Dr. Gößling, die wir vor einigen Wochen sehr erfolgreich in Betrieb und in Produktion genommen haben und von deren Ergebnissen wir einfach sehr überzeugt sind. Die Aufgabenstellung an die Firma Dr. Gößling war es, eine Anlage zu konzipieren, mit der wir Teile bis zur Größe M14 x 100 und einem Teilegewicht von bis zu 100 Gramm schonend reinigen können nach den Arbeitsschritten Pressen als auch Walzen. Die Vorteile der Anlage liegen darin, dass die Teile besonders schonend bearbeitet werden. Die einzelnen Arbeitsschritte, Öl trennen durch Zentrifugieren, Waschen der Teile und ein abschließendes Spülen und Trocknen finden jeweils in einer eigenen Trommel statt und die Teile verlassen diese Zentrifugentrommel nicht und werden schonend durch den Prozess hindurch geführt, um schlussendlich über eine Rutsche, die mit Vulcolan ausgekleidet ist, sanft in den Teilebehälter abgelegt zu werden. Wichtig war es auch dabei, das Öl, das bei den Press- und Walzvorgängen an den Teilen anhaftet, zurückzugewinnen und dem Kreislauf wieder zuzuführen. Dies wurde mit dieser Anlage wirklich in Perfektion realisiert, sodass wir unsere hohe Produktqualität aufgrund der Anlage auch im Bereich der Reinigung aufrechterhalten können. Wir sehen uns beim nächsten Mal.